Wir kommen hier langsam in Gebiete rein. Aha. Hatscha! 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 Stirb! Ich sage, stirb! Oh. Blöde Tempel. Das ist wieder so eine lange Treppe bestimmt. Ohne Worte. Jawohl. High-Speed-Treppen rauffahren. Mit dem Fahrrad. Er macht sowas nicht täglich. Ich nicht. Oh, die Treppe ist so lang. Die Treppe ist so lang. So lang. Oh, da ist das Ende. Ja. Wer kennt das nicht? Man geht eine Treppe hoch, eine lange und auf einmal ein Park oben. Ich habe das öfter. Keine Ahnung, wie es euch geht. Vielleicht sollte ich doch mit Facecam aufnehmen. Hallo. Äh? Du warst zwar nicht gemeint, aber wo? Wenn du meinst... Nee, hier ist nichts mehr okay. Fühlt mich das Ding auch vielleicht irgendwo innen oder so? Was ist hier noch an? Was ist hier noch an? Ich würde es ja mit einem Messer probieren, aber ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist. Nee, hier nicht. Hä? Was willst du von mir? Vielleicht brauchen wir da die. Die haben wir nicht. Irgendwann eine Medusa oder so? Dämon hätten wir vielleicht. Flöte? Willst du mich verorschen? Ich glaube, jetzt verschwindet es nicht mehr aufgetaucht. Vielleicht hätten wir es auch nicht töten sollen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hier ist nichts mehr gut. Fahren wir in den nächsten Bereich. Okay. Oh, hallo Leute. Da oben fliegt irgendwer. Kann ich fliegen? Nee, das darf ich nicht. Wenn man nicht weiter weiß, meuchelt man einfach die ganzen Menschen ab. Irgendwas hat es gebracht. Wie ne, wüsste was? Ah, Sacka. Das bunt nichts. Blumen! Moment, Blumen sind verräterisch. Ah! 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 Er ist auch wieder da. Na gut, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf die Wüste. Ich wollte mal sagen, gehen wir mal in den nächsten Bereich. Funden haben wir hier leider nichts. Mal schauen, was hier ist. Viel. Mehr als wir gewohnt sind. Schätze ich. Na gut, da gibt es diese Pfützen oder sowas. Ja. Die machen die Geräusche. Laterne schon wieder. Laterne. Mach eine Laterne. Hm. Keine Laterne. Oh doch. Oh. Hier ist schon wieder Tür. Na gut. Auf die Diagonale. Fahr doch in die Diagonale, du Sadomaso-Frau. So. Hier auch nichts. Na, ich hatte doch gerade so einen richtig guten Rhythmus. Ja. Perfekt. Nein. Fast. Ja. Oh. Mal reingehen. Windows. Was fand das denn? Windows. Windows. Windows came changed. Ich bin verwirrt. Was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, auf der Straße zu fahren. Hm. Nein. Okay. Dann gibt es zwei Wege nach oben. Ich nehme nochmal den ersten. Ah. Das ist noch ein Pissenmus. Das ist ein bisschen. Ah. Scheiße. Oh. Ein dunkler Wald. Oh. Eine Laterne im Wald. Hm. Selbstverständlich. Oh. Oh. Ich bin jetzt nicht weg. Das ist nicht weg. Das ist nicht weg. Oh. 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 Ah, Umbrella. Ihr könnt es da einmal Umbrella. Und so. Nein, besser nicht. Schätze, wir könnten theoretisch auch wieder zurückfahren. Weil es ja geregnet hat. Das würde zumindest Sinn ergeben. Ella, Ella, Ella. E, E, E. So sinnfrei dieser Text. Ah, perfekt. Beinahe hätte ich es übersehen. Ich habe diese ganz kleine Ecke da noch gesehen. So, Umbrella.